der Jörgy ist wieder da ist wieder da ich seh dich aber noch ganz weit ich dich auch yo hallo das liegt an den eh zwei hochkarätigen Gästen die mich gerade sehr verwirrt angucken aber die extra hierher gekommen sind um Haujob zu vertreten und eh vielleicht stellt euch einfach mal selbst vor der Herr im roten Hemd bitte ja der Christoph ich eh bin Programmierer bei Haujob und der Herr im blauen Hemd ja auch Christoph auch Programmierer hauptsächlich für Konsolen und eh ja also